Samstag, 1. Juli 2023 Bereitet euch auf die Ankunft meines geliebten Friedensengels vor. Botschaft der allerheiligsten Jungfrau Maria an Luste Maria Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, ich segne euch. Mein göttlicher Sohn liebt euch und ruft euch auf, ihm treu zu sein. Die Liebe meines göttlichen Sohnes ist die Quelle seiner unendlichen Barmherzigkeit, deshalb könnt ihr jederzeit mit der Zuversicht und Gewissheit, dass sein liebendes Herz euch erwartet, zu ihm kommen und ihn, mit zerknirschtem und gedemütigtem Herzen, p.s. 51,19, um Vergebung bitten. Geliebte Kinder Die Erde ist mit dichten Nebeln überzogen. Ihr seht sie nicht mit bloßem Auge, nur diejenigen, die mit geistigen Augen sehen, was geschieht, schaffen es, die wahre Essenz dessen zu finden, was geschieht. Diese Nebel, die vom Teufel genährt werden, vernebeln die Herzen aus Stein, den Verstand, der sich dem Weltlichen hingegeben hat, und meine Kinder, die leugnen, was diese Mutter ihnen gesagt hat, dass es geschehen wird. In diesem Moment widersetzt sich die Menschheit, Gutes zu tun, zu glauben, zu gehorchen und meinen göttlichen Sohn zu leben. Sie werden leben, was sie angesichts des Unglaubens, der Lieblosigkeit und des Ungehorsams gegenüber meinem göttlichen Sohn nie zu leben gedacht hätten. Sie sind schnell dabei, sich der Falschheit anzuschließen und darauf bedacht, einen zu finden, der alles, was sich offenbare, leugnet, um ihn willkommen zu heißen. Geliebte Kinder, betet weiter, meine Kinder beten und werden erhört. Ein solides Fundament ist unerlässlich, damit ihr einen festen Glauben habt. Das Gebet muss von guten Werken begleitet werden, damit es Früchte der Barmherzigkeit, der Nächstenliebe und der Hoffnung trägt. Beten heißt, im Rahmen des Gesetzes Gottes zu handeln, damit die Frucht eurer Werke und eures Handelns ein guter Dünger ist, der die Menschen um euch herum befruchtet. Das Gebet ist nicht nur verbal, sondern muss aus dem Herzen kommen, und das Herz muss, um gute Früchte zu tragen, von den Taten und Werken derer genährt werden, die den Willen Gottes erfüllen. Die Gebote sollen erfüllt werden, die Sakramente sollen erfüllt und mit Liebe gelebt werden und die Werke der Barmherzigkeit sind Liebe. Was ist ein Geschöpf des Gebets? Es ist das Ergebnis der göttlichen Liebe, die in diesem Geschöpf wirkt. Ich lade euch zur Einheit ein, ihr müsst euch gegenseitig helfen, angesichts dessen, was kommt, zu überleben. Verschiebt nicht auf morgen, was ihr heute tun könnt. S.P.R. 3,28 Die Zeit drängt, auch wenn einige meiner Kinder es nicht glauben. Empfangt meinen göttlichen Sohn in seinem Leib und in seinem Blut in der heiligen Eucharistie. Betet ihn im allerheiligsten Sakrament des Altars an, wo er gegenwärtig, lebendig und pulsierend ist. Bereitet euch auf die Ankunft meines geliebten Friedensengels vor, ohne ihn mit einem Engel des himmlischen Hofes zu verwechseln. Er ist der Engel des Friedens durch sein Wesen, durch seinen Auftrag, immer wieder zu leiten, zu ermutigen und geistiges Wort zu geben, damit der Glaube nicht verfällt. Geliebte Kinder, ihr habt den neuen Turm von Babel gebaut, um der heiligen Schrift zu widersprechen. Er wird die Menschen nicht in seiner Sprache verwirren, sondern in seiner Geistigkeit. Er wird ihnen verlockende geistige Neuerungen präsentieren, damit sie die heilige Dreifaltigkeit aufgeben. Wie viele sagen, dass der Antichrist nicht existiert. Dies sind die Tentakel, mit denen der Antichrist seinen Weg bereitet. Er steht vor euch und ihr seht ihn nicht an. Wacht auf Kinder. Oder erwartet ihr von mir, dass ich zu jedem Einzelnen spreche? Betet Kinder, betet, die Natur hält weiterhin schwere Überraschungen für die menschliche Kreatur bereit. Betet Kinder, betet mit einem fleischlichen Herzen, ihr braucht es. Betet Kinder, betet, Miami weint, betet Kinder. Betet Kinder, betet, Paraguay braucht eure Gebete. Betet Kinder, betet, viele meiner Kinder werden sich bekehren, sie werden zur Herde zurückkehren, nachdem sie poliert wurden, und vor der Wahrheit dessen stehen, was diese Mutter ihnen vorausgesagt hat. Sie werden meinen göttlichen Sohn anbeten und um ihre Sünden trauern. Diese Mutter wird sie nicht im Stich lassen. Ich habe die intensiven Tage des Gebets und der Weihe, die ich von meinen geliebten Kindern erhalten habe, liebevoll begrüßt. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Mein besonderer Segen in dieser Zeit für die Kinder meines göttlichen Sohnes. Mama Maria. A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen. Kommentar von Luste Maria Brüder Unser Herr Jesus Christus hat uns im Jahr 2019 eine Botschaft gegeben, von der ich euch das folgende mitteile. Versteht, dass die Fülle meines Geistes im Menschen der Triumph des unbefleckten Herzens meiner Mutter in den Geschöpfen ist, dafür hat meine Mutter gekämpft. Es ist nicht ihr Triumph auf Erden, es ist der Triumph der Fülle meines heiligen Geistes über jedes menschliche Geschöpf. Meine Mutter triumphiert, aber nicht für sie, sondern für unsere Dreifaltigkeit. Ich habe das Gefühl, dass man nach dem Beispiel unserer heiligsten Mutter immer zur Ehre der heiligen Dreifaltigkeit arbeiten und handeln kann. Unsere heilige Mutter spricht zu uns vom Friedensengel, damit wir uns darüber im Klaren sind, dass er ein Geschöpf Gottes ist, das mit einer von der heiligen Dreifaltigkeit anvertrauten Mission zugunsten der Kinder Gottes in diesem entscheidenden Moment der Menschheit gesandt wurde, aber er darf nicht mit einem Engel des himmlischen Gerichts verwechselt werden. Brüder, lasst uns Gewissen und Unterscheidungsvermögen besitzen, damit wir nicht getäuscht werden. Amen.